Der Vorteil von der Kettenscheiben-Ecke der Firma Fliegl ist einfach die hohe Flächenleistung und der geringe Kraftstoffaufwand. Wir haben jetzt hier eine Bearbeitungshilfe von 6 cm, ist aber auf 10 cm erweiterbar. Am wichtigsten bei der Kettenscheiben-Ecke sind die Einstellungen am Heckkraftheber, dass der Abstand vorne und hinten genau gleich zum Boden ist. Weil wenn es dann Verstopfungen gibt, bis man es auf dem Schlepper oben merkt, ist es meistens schon zu spät. Am Anfang immer gleich ein paar Mal absteigen und die Kettenscheiben-Ecke einstellen.